Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu The War Z Folge 34 2012 war das, wo wir unser The War Z Let's Play gestartet hatten und auch beendet hatten Immer in 33 Folgen glaube ich, deswegen auch der Joker am Anfang, willkommen zu Folge 33 Das ist halt so the speciality, sag ich jetzt mal, hier vorne sind Fächer Oh Gott, ich fack mich wirklich selber, ich bin in einer unendlichen Gundeinhebze Peter fährt dann die ganze Zeit in der Kunde Okay, ich hab mich selber getötet Ich bin an Selbstmordbetrieb, okay Also das sind halt, ich glaube das sind auch Community-Level, ich glaube durch ein neues Patch kannst du mittlerweile selber Level machen Durch ein neues Patch, das neue Patch ist mega sick Herr Peter, aber hast du auch zu spät gebremst in der zweiten Kurve? Ich auch Sam, warst du mich? Was war das denn? Ich kam nicht zum Stehen Ich kam nicht zum Stehen Ich kam nicht zum Stehen, Jay, ich hab voll, ich hab volle Kanne gebremst Sorry, tut mir leid, Jay, das war einfach scheiße von mir Wirst du noch zu retten? Oh Gott, oh Gott Puh Fuck you Lord, Bram und Jay Jay is it, der hat eine Milone hier oben geplantet Das war ein unfaires Oh, leu Der ist down, Moment Benjamin Die Milone Die Milone Oh Nimm der Bram die Milone einfach mit Hey guck mal hier ist Bram, wie ist der denn hier geflogen? Moment, ich hatte mit drauf geschossen auf Jay Jetzt nicht mehr, jetzt bin ich oben Da ist er Du bist noch nicht hier oben Hehehe Okay Hallo mein Freund Okay, Bram ist gleich oben Genau Ist der im Backsteinhaus ein Kämpter? Der ist im Backsteinhaus ein Kämpter Der ist bei den Puppen Der läuft nach hinten weg Ist wieder Backsteinhaus Ist oben, ja Ohne Scheiß Du rennst da hin, kommst kurz, guck Schießt mich ab und dann rennst du wieder weg? Der war hinten Wo denn bei uns? Oh Sepp, Sepp Sepp, hat er, hat er Oh Sepp Hat er Nein Boah ficken Fick mich hart Oh weg Also Jay ist noch im Backsteinhaus Hehehe Hecke mich zum Arsch Hilfe Jay hast du ein bisschen Angst gekriegt, oder was? Mach Quatsch Quatsch Hä, das reicht doch Weil du vielleicht fährtest ja auch nicht und dann du mich alle Quatsch Quatsch Ich fähr, ich fahr Ich fähr Ich fähr Ich fähr Wir haben's gefängt Tschüss die Idioten Wir looten hier noch Natürlich Schieß einfach Sepp Warte, warte, aber ich schieß Peter Also ich würd schießen Nee, ich schieß Christian ja dann in den Rücken, weil du sitzt hinter ich Ich würd schießen Denn ich versteh keinen Spaß, ich bin Christian Ey, guck mal wie langsam der Blaue da ist Du kannst doch langsam 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 Loll Peter ey Da hast du dich selbst ganz schön gefickt Du musst das Arsch noch des andern fahren Ja Ja Und dann? Loll, what the fuck, das ist doch Und dann drinnen bleiben Und dann drinnen bleiben Was? Das ist ja eine Scheiße WTF 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 Ja Wow Du musst einen vorne rinkriegen und einen hinten rein Ach noll Was ist denn das? Okay Hier Komm hier Jawohl Jawohl Ach wer ist denn Wer ist denn Wer ist denn Der ist der Witzige Witzige Wer ist denn Okay Ich 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 glaube ihr was Nimm mich doch mal Ich häng unter dem anderen Schwanz Ja man Komm hier Komm hier Ich hab hier meinen Arsch geholfen! Oh nein! Hahaha! Ich brauch doch was! Hahaha! Also wieso hab ich... Komm schon! Hey! Komm schon! Mein Gott, das war aber ne harte Arschgebäude! Ja, das war ganz schön hart! War ne harte Nummer, was? Ja, bis der mal drin war, das hat ganz viel Gleitfilm genötigt! Randy! Niemand darf mehr Gelb ficken, Leute! Denkt man nicht drüber nach! Oh, ich hab erst mal Gelb gefickt, scheiße! Was war das denn? Und der André daneben weiß... Ja, wow! Oh, das scheiße! Oh, Jay! Was zum Fick, ey! Oh Gott! Einer ist ganz draußen! Aus dem Bild, der ist ne richtig lange Schlange! Ja, das ist ne lange Schlange, ey! Der ist ne richtig lange Schlange, ey! Der ist ne richtig lange Schlange, ey! Das ist die ganze Scheiße! Boah, weißt du, der ist schon gleich israelisch! Alter! Hahaha! Ich bin Sharon, aber leider... Ich hab keine Ahnung, welcher ich bin! Ich bin zwei! So, jetzt! Drei, wo, eins... Tünden! Hahaha! Wer ist denn da? Hahaha! Leute! Wer ist denn hier gestorben? Okay, ich muss... Ich muss irgendwas... Was? Wie unerlaubt das überhaupt? Oh, Alter Vater Junge! Ja, das hatte ich auch! Puppenhaus! Ah, dann! Ach, leck mich doch meinen Sack, ey! Leck mich doch meinen Sack, ey! Leck mich doch meinen Sack! Leck mich doch meinen Sack! Puh! Hahaha! Nein! 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 Das war nicht cool! Das war richtig dumm! Was war da los, ey? Oh, nein! Was war das denn? Was war da los, ey? Na, Bruder! Ähm... Ich hab versucht mit 200... zu driften. Auf der Geraden. Was ist das denn? Die gelben... Ich hab... Hab mich jetzt... Ich bin in Notausgang gefahren. Alles klar. Notaus... Was ist das denn? Ey, Jay! Sag doch, du hast keinen Bock mehr! Die Bremsen... Die Bremsen wollten einfach gar nicht! Okay, ich muss Jay auf jeden Fall... HEDAAA! Oh, Leute! NEIN! WAH! 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 Ich bin... Scheiße! Das ist doch Bullshit! Was ein Quatsch, ey! Schade. Ja! Ja, ich dachte, ich hätte das Geräusch gehört! Ja, zieh mal raus und steck wieder rein, Jay! Das geht mal! Juhu! Jaja! Juhu! 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 da noch was kommen von mir. Aber die Aufnahme fehlt.